Da sind wir auch schon bei der Folge 55, hier Easy Plasiv auf dem Kanal. Wir spielen die Breakthrough Gaming AK3 Nick & Kit. Nachdem wir gerade die Story von Nick & Kit abgeschlossen haben, geht es jetzt hier weiter mit dem Arcade-Modus. Und ja, ich drücke jetzt erstmal auf Spielen, da gucken wir uns ganz kurz die Trophäen an. Auch hier gilt wieder 99 Cent, jeweils für die Playstation 4 Version im Europe Store und im Nordamerican Store. Was müssen wir hier machen? Das gucken wir uns noch ganz kurz an. Und zwar, da sind die Trophäen. Wir brauchen wieder, Überraschung, 1000 Punkte. Wahnsinn, das kennen wir noch gar nicht, deswegen spielen wir es auch direkt. Das Ganze ist jetzt so gemacht, dass wir, ja, er sagt was von Runde 1, da oben ist ein Timer. Es ist im Prinzip genau dasselbe. Und ihr seht schon, das Level kennen wir doch. Ja, warum sollte man auch verschiedene Level kreieren, wenn man das Ganze dreimal verkaufen kann? So, wir sammeln hier wieder unsere Pünktchen ein. Der Counter zählt mit jeder Münze, die wir mitnehmen, ja sowieso hoch. Deswegen kann uns die Zeit eigentlich gar nicht ausgehen. Ha, diesmal habe ich drauf geachtet und bin nicht drauf reingefallen. Hoppala. Na komm schon. Und da haben wir das erste Level erfolgreich absolviert. Kommen wir wieder zum Zorgenkind Level 2. Auch hier, ihr kennt es ja mittlerweile. Skippen wir wieder ein paar Sachen, indem wir über die linke Flanke noch ein bisschen hochhüpfen. Und da sparen uns ein paar Tränen. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. So, damit haben wir auch schon das Schlimmste überstanden hier in dem Level. Nehmen wir hier die Münzen mit. Wisch. Und damit wäre es das auch schon hier. Guck mal, so schnell kann es gehen. So, jetzt kommen wir hier wieder zu diesem Labyrinth Level oder wie auch immer wir es nennen möchten, wollen, müssen, können. Sammeln hier wieder ordentlich Münzen ein. Ihr kennt das ja auch. Na, sag mal, kommst du mit. So, da haben wir auch schon ordentlich was gesammelt. Der kommt quasi gar nicht hinterher. Dann hier wieder, ja, den Turm erklimmen. Wie gesagt, Stress müsst ihr euch hier echt nicht machen. Das ist, ähm, keine Kunst. Und wenn ich das sage, ja, dann ist es wirklich keine Kunst. Hopp, 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 hopp. So, damit haben wir auch schon die Platin, wie ich gerade sehe. Wir müssten 1000 Punkte zusammen haben. Ja, Score 1000 erzählt immer noch fleißig nach. Warten wir doch hier einfach mal ganz entspannt und gucken, ob das auch stimmt. Tada! Ja, das war wieder eine weitere Folge Easy Platin hier auf dem Kanal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Däumchen da, schreibt gerne mal einen Kommentar. Und wenn ihr auch in Zukunft diese spektakulären Tite nicht verpassen wollt, freue ich mich natürlich auf ein Abo von euch. Also bis zur nächsten Folge. So long!